Musik Wir reden jetzt die ganze Zeit schon über biblischen Text, über die Sprachen. Aber wir müssen uns noch mal genauer damit befassen, was ist denn überhaupt, was gehört denn zum biblischen Text, was ist denn das? Und damit sind wir in einer spannenden Frage, die man in der Wissenschaft Kanon umfragen hat. Also es gibt einen Kanon, das heißt eine verbindliche, abgegrenzte Sammlung der Schriften des Alten und Neuen Testamentes. Und das ist aber gar nicht so einfach. Weil der Kanon sieht im Judentum anders aus, klar, im Judentum war das nicht der Neuen Testament. Aber das Alte Testament ist anders als unser Altes Testament. Die Sammlung der Schriften, der Kanon unterscheidet immer noch die Konfessionen, also reformierte Kirchen und katholische und Ostkirchen. Wo kommt das her? Und was gehört dazu? Wer legt das fest? Und wissen wir, was dazu gehört? Stellen Sie sich Folgendes vor. Wir machen eine kleine Zeitreise. Wir gehen zurück, sagen wir mal, 1500 Jahre. Und dann finden Sie irgendwie so eine alte Kiste hier, aus Speicher, von Santa Marta oder so. Sie sehen, da sind natürlich jetzt keine Duscher drin oder Rollen drin, sondern jeweils ein Blatt für eine Schrift. Ja, jetzt habt ihr so ein ganzes Regal voll mit diesen Schriften. Und ihr Neffe oder ihr Kind will aber jetzt wissen, was gehört das jetzt zur Bibel. Das wäre jetzt Ihre Aufgabe. Ist dieser Fülle von Zeug hier mal zu sortieren? Gehört da alles dazu? Oder wo gehört das Altes oder Neues Testament? Gehört überhaupt dazu? Damit Sie alle irgendwie zum Zug kommen, würde ich Sie gleich bitten, zwei Gruppen zu bilden. Ja, also das, was Sie dann sozusagen spielerisch machen, ist der Prozess, der innerhalb der kirchlichen Gemeinschaft relativ schnell abgeschlossen war. Innerhalb von 100, 200 Jahren mit paar so leichten, schwummerigen Rammzonen war das relativ klar. Also man hat sich über Briefe verständigt, was lest ihr zum Beispiel in Gottesdiensten? Man hat so viele Schriften aus, man hat den Korintherbrief oder beide Korintherbriefe, vielleicht waren es sogar mehr. Nicht nur in Korinth gelesen, sondern man hat gesagt, komm, das ist so wichtig, das müsst ihr in Philippi auch lesen. Dafür kriegen wir Euro. Und dann haben sich die Bischöfe sehr früh verständigt, was habt ihr in der Sammlung der Heiligen Schriften? Sodass es leidwürdig auch zu Überschneidungen und Altes und Neues Testament kommt, weil es da noch keine feste Abgrenzungen hat. Und da findet man plötzlich noch eine Schrift. Es ist immer noch die Frage, also Paulus spricht zum Beispiel noch von einem Brief in seinen Schriften, den wir bis heute nicht kennen. Was ist denn mit dem jetzt hin? Wäre ja immerhin theoretisch möglich. Solche alten Kisten stehen heute noch überall rum. Leider, so eine ganze Kiste mit den biblischen Schriften, das müssten wir irgendwie vielleicht noch finden. Aber das ist gar nicht so weit hergeholen. Als die Mauer gefallen war, also nach 89, hat man doch der Freistaat Sachsen natürlich viel daran gesetzt, auch die Klöster, die es ging, auch solche, die noch Bestand hatten, da waren ja nicht viele in der DDR, groß herauszuputzen und Landesausstellungen zu machen. Und eine unter anderem bei den Zisterzienser-Nonnen in Marienstern, im Sorbenland, ja, das war immer so unter ferner Liefen, das war von der DDR fast vergessen, weil es irgendeine komische Eigenheit warf und wir von der Sprache angefangen, die segelten so ein bisschen da im Windschatten. In der Zisterzienser-Nonnerie aufgehoben war, das andere meinte. Und dann hat man dann bei dieser Landesausstellung, wurden da Exponate gezeigt, wo man nur staunen konnte, auf welchem Speicher die Nonnen sowas noch hatten. Aber hier zur Beruhigung, im Haus St. Klara, im Burbach stehen solche Sachen nicht. Meines Wissens nicht. Da stand auf jeden Fall eine Kiste herum, eine ziemlich große Kiste. Und der Landeskonservator ging da durch mit irgendeiner Schwester oder irgendeiner Obernonne, die da das Kommando hatte, und schäubelte mit der Kiste und sagte, Schwester, was ist da drin? Ja, die gehört nicht uns. Nein, die gehört den Schweden, hat sie gesagt. Was für Schweden? Ja, weiß ich auch nicht. Es hatte diese Schwester, es wurde in diesem Konvent so weitergegeben. Das war von den Schwedenkriegen stehen geblieben. Wirklich, die hatten klar, das gehörte den Schweden. Da haben die irgendwelche Madonnen geraubt, da kamen die tollsten Exponate heraus. Ja, es ist verrückt, ja, es gehört den Schweden, sagen sie. Und die Frage, was für Schweden, die waren am Rückzug, haben eine Kiste stehen lassen. War ihnen zu schwer, was weiß ich. Und haben ihnen gesagt, wie man dann Nornen einschüchtert, der zu sagen, ich komme nächste Woche, hol die Kiste ab. Gehört den Schweden, 400 Jahre, gehört die Kiste dazu. Gott sei Dank wussten die Schweden das nicht mehr. Also, dass man solche, was ich damit erzählen will, dass man solche Funde macht, ist nicht so weit hergeholt. Also, es kommt immer noch wieder etwas bei Ausgrabungen, Sie haben das eben schon gesagt, diese Kumran-Funde, die einen unglaublichen Einglick plötzlich auch gegeben haben in die Textqualitäten, weil man plötzlich eine ganze Rolle findet, auf der der Jesaja steht. Komm in der Herkunft. Ich würde Sie bitten, ich weiß nicht, wie wir das jetzt am besten organisatorisch machen, mir ist das zu blöd mit Umtragenden und Kragenzahlen. Ich habe Ihnen auch nicht heimlich rot und grünen Punkte unter den Stuhl geklebt, ja, sodass Sie jetzt da gucken können, zu welcher Gruppe Sie gehören. Vielleicht im Seminarraum kann man das irgendwie, da können wir gerade kurz rüber gehen, ja. Vielleicht, wenn eine Gruppe vielleicht diese Hälfte des Hauses einfach geradeaus rüber in den Seminarraum geht, Sie bekommen keine schwedische, aber eine andere Staatsgruppe. Sie haben Zeit, auch ein Blick, Sie können das auch ein bisschen ausdiskutieren, nur nicht handgreiflich werden, aber am Ende können Sie raus, dass wir uns um Viertel nach zwei Einglieder treffen, mit dem entsprechenden Kahn. Sie dürfen das hier machen. Das ist alles noch viel. Das ist so krank. Das ist so krank. Vielen Dank.